Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Survival Games, heute auch wieder mit dem Tom. Ja. Okay, ich hab schon gedacht. Oh nö, ich bin weg. Dann lass mal direkt hier, ich hab ein Schwert. Ich hab ein Schwert. Ja, ich hab ein Fisch. Ich hab schon einen getötet direkt. Ja, okay, ich mach das nicht. Wo bist du denn? Ach so, da hinten, okay. Ja, ich bin schon hinten weggerannt. Okay, okay. Ein auf Pussy gemacht. So, ja, ich hab, ist ja egal. Fuck. Okay, die Musik ging an. Wo bist du hergegangen? Äh, warte, ich bin hier gerade in so einem komischen Haus. Ach so, ja, ich seh dich. Okay, ich seh deinen Namen. Ja, hier ist auch direkt so, oh, schön Gold und Weizen. Oh ja. Wann ich gerne. Okay, ich töte noch einen. Oh, hier sind ganz viele Kisten. Oh, nein. Okay, ich hab noch einen getötet. Ich hab ein Schwert. Ach so, was ist das? Oder, nee, warte, ich hab ne Axt, wenn du willst. Ja, warte. Äh, ja, ich hab auch ne Axt, aber ne... Wo bist du denn? ...Axt. Ich bin hier, warte. Ich hab ne Holzachst, wenn du eine brauchst. Holzachst hab ich auch hier. Ansonsten geb ich dir die nicht. Was? Hier bin ich. Oh, okay. Warte, ich hab das und das. Ja, warte, ich mach mal hinten. Mein Inventar anders. Ich hab ein Angel. Ich hab ein Angel. Ich hab ein Gold. Na gut, naja, kann ich nicht gebrauchen. Hast du zwei Gold? Nee. Okay. Ja, komm mit. Dann laufen wir mal weiter hier. Ich geh mal aufs Dach, da kann man nämlich hin. Irgendwie. Wie komm man denn auf das Dach da drauf? Okay, ich hab ein Holzschmerz. Brauchst du das? So. Was? Ja. Okay, okay. Wie komm man denn auf das Dach da? Auf das Dach da. Ich möchte da hin. Ich glaub. So. Nee, warst du da. Hä, wo bist du denn? Ach, da. Okay. Ich glaub, wo du gerade warst. Ja, nee, da kommen wir nicht hin. Ist doch egal, komm. Die eine Kiste. Komm, weiter. Unten war ich schon. Okay. Hast du auch die Kisten hier mitgenommen? Alle. Okay. Ja, dann können wir raus, oder? Ja, hier ist noch ein Haus. Hier bin ich drin. Da ist noch eine Kiste. Okay. Brauchst du zufällig einen Helm oder einen Brustpanzer? Naja, hab ich alles. Okay. Okay, ich hab noch eine Steinachs. Nee, hier ist auch nichts drin. Alter, was ist denn los? Ich hab immer... Ich hab hier... Ja, ich hab eben... Ja, genau. Ich hab immer so... So Mini-Lags. Alter. Du bist slow. Keine Ahnung warum. Du bist slow und der Flow. Oh Mann, ey. Hallo. Brauch Kisten. Oh, das hab ich... Da ist einer. Komm, wir den verprügeln wir. Da sind sogar zwei. Oh, scheiße. Kommst du raus? Bitte? Ja. Vor allem, weil er jetzt hier so pharmafeftig leckt, ey. Er ist so richtig krank. Ich kann mich so gut wie gar nicht mehr bewegen. Ja, gut. Nee, ich hab immer so... Hier hinten... Ja, beim Mist gerade irgendwie so richtig krass. Ja, sieht man. Und ich weiß auch nicht, woran das liegt, ey. Behindert, ey. Die Kacke. Boah, ich werde für mich wieder geschlagen. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Achtung. Oh, ist doch nicht wahr, ey. Ich war gerade... Oh Mann, oh Mann. Oh Mann. Oh, scheiße. Okay, ich bin auch falsch. Down. Falsch, okay. Ja, okay. Ich mach mal eben eine Pause. Wir haben noch, glaube ich, ein bisschen Zeit. Oder wie lange haben wir denn nichts gespielt? Danke. Ja, ich bin runtergefahren. Ich glaube, vier Minuten oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kommt jetzt noch eine Folge. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Da, ihr seid alle schwul. Das ist falsch mit dir. Und wir sind wieder auf dieser komischen Breeze Islands, oder wie auch immer diese Map heißt. So, ich verpiese mich mal wieder. Sofort. Ich hab Gold, Tentier und Feder. Ich hab Essen und zwei Eisenrüstungen. Nicht schlagen. Hä? Oh. Und dann hier ist gar keiner. Ja. Ich dachte, er ist gerade erst hinter mir. Äh, lass, lass hier hinten auf die kleinen Inseln reden, wieder. Okay, direkt hinter uns sind welche? Ist mir egal. Ich mach das jetzt. Ah, nur so als Info, ne? Ja, ja. Nicht zum Erschrecken. Komm, hier ist doch da. Perfekt. Ich hab ne Eisenachst. So. Ein bisschen Eisenrüstung. Ich guck nochmal hier irgendwie, ob hier irgendwie noch so ist. Mal gucken. Ja, da oben sind ja immer irgendwelche Sachen. Ich guck mal. Ja. 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 Weed gefunden. Irgendwie, irgendwie sowas findest, ne? Ja, ich hab noch nen Bogen. Wo bist du ganz oben? Bist du auf dem Berg? Äh, ne, jetzt nicht mehr, aber ich find, hier sind überall noch Kisten, hab ich glaub, die sind leergeräumt. Ja, okay. Ja, die sind schon leer. Wo bist du? Hier, okay. Lass, äh, Bossen. Lass mal hier an den Rand entlang. Hast du ne Axte oder so? Ne, hab ich selber alles. Ey. Wo bist du? Ich hab ne TNT noch. Wo bist du? Achta. Hier. Oh, guck mal, hier liegen, äh, Gold-Rüstung liegt hier. Gold-Schuhe. Boah, bitte, ey. Äh, schade, hier ist nix drin. Naja, ich glaub, hier hätte alles schon leergeräumt gerade. Ja, glaub ich auch. Und hier sind Pilze. Drei Pilze. Ja? Geil. Ja. Das ist... Ja, geil, hier liegen überall Gold-Sachen rum. Hier liegt ne Stein-Axt, wenn du die brauchst. Naja, ich glaub, äh, Stein-Schwert. Achso, du hast ein Stein-Schwert. Geil. Ja, dann. Okay. Hast du jetzt gerade gesagt, Stein-Schwert oder Scheiß-Schwert? Hab ich Stein-Schwert gesagt? Ich wollte Holz-Schwert sagen. Was? Ja, ich weiß auch nicht. Oh. L-U-L. Je, ich weiße. Geh mal hier oben hin, um zu gucken. Ja, ich guck auch, Rado, ich komm auch hoch. Oh, 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 da kann man runterfallen, glaub ich. Hallo. Aber da ist Wasser. Oh. Ja, das ist okay, wenn ich runterfalle. Wenn ich jetzt sterbe, dann sag ich A. B. Ich komm auch. Oh, hier ist sogar ne Kiste. Oh, sie ist voll cool. Voll die geile geheime Höhle. Ja, ne? Oh. Oh, bist du... Bist du jetzt einfach da lang gegangen oder hoch gegangen? Ähm. Ich bin da her gegangen. Was ist besser, Shane oder Eisen? Eisen, ne? Nee, Shane mein ich. Mein ich. Nee, Eisen. Oder? Ja. Um halbes. Ja. Ist doch etwas. Hast du ne Hose? Ja. Okay. Okay, dann kann ich dir die... Hätte ich dir die geben können. Oh, fuck. Boah, ich bin erschrocken, ey. Wie? Oh, ich brauch Essen. Hm. Ich nicht. Hast du Eisen oder so? Zwei von... Ne, ich hab wieder nur ein Gold. Achtung, da kommen welche zwei Stück. Komm weg. Weg, 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 weg. Hast du zwei Gold? Ein Gold. Ein Gold. Okay. Uh, Kiste. Ich glaub, der ist nix drin. Jeder. Ey, warte mal, ist der alleine? Ne, die sind zu zweit. Aber die bekämpfen sich gerade. Wom bekämpfen die sich denn? Äh, hast du Pfeile? Warte, ey, der eine ist jetzt alleine. Wo bist du? Ich bin hier oben über dir, im Wasserfall. Warum? Mal gucken, ob man da hoch kann. Ja, da kann man hoch. Ne, kann man nicht. Doch, 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 kann man hoch. Ja. Lass mal hier rüber gehen. Ich hab keinen Bock darauf, dass wir hier gleich sterben. Ähm. Warte, ich geh kurz angeln. Was? Angeln. Ah, okay. Fisch. Hast du schon noch einen Fisch? Ja. Geil. So. Dann wird man ja noch EP, dann werden wir Verzauberungstisch finden. Verzaubern. Ich bin dir ja auch gleich mal die angegeben. Ne, ne, brauchen wir nicht. Oh, oder brauche ich nicht. Zumindest erst mal. Wann werden... Hupsala. Hupsala. Wann werden die Kisten wieder aufgefüllt? Ey, ich hab hier noch einen roten und einen braunen Pils gefunden. Ja, ich hab einen roten und drei braune. Ja, gut. Dann hast du... Wie viele Schüsseln hast du? Eine. Dann nehm ich noch dem roten nochmal mit. Ja. Dann können wir zwei Dings machen. Oh, perfekt, ey, perfekt. Oh, da unten ist noch ein Kuchen. Oh, den muss ich essen, ey. Ich geh wieder auf die Insel mit dem Crafting Table, okay. Aha. Oh, hier sind ganz viele Sachen im... Ja, ich hab hier auch grad ein paar Sachen eingesammelt. Ein paar... Ja, also ganz viel Rüstung ist hier. Ja. Bei mir auch. Ich hab auch noch ne Schüssel. Ah, fuck, 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 hier ist einer. Oh, fuck. Ja, komm schnell zu mir. In meine Richtung. Angel den. Okay, da fließt. Da sind zwei. Okay. Ja, komm lass auf die Crafting Table Insel. Crafting Table Insel einfach. Ich hab viel Gold. Ja. Dann gib die mal her. Dann kann ich da noch ein Schwert draus machen oder so. Oh, 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 oh. Ich hab ganz viele Sachen. Ja, erstmal... Was soll ich daraus machen? Da können wir noch... Äh, brauchst du irgendwie... Brauchst du noch irgendeine Rüstung? Ne, ne? Ne, ich hab alles an Rüstung. Ich kann dir aber ein... Was ist denn das für ein Helm? Ist das ein Eisenhelm? Äh... Hab ich hier gerade ins Inventar geschmissen. Ach da, ja. Okay. Perfekt. Dann... Mal kurz ausmisten. Hab ich jetzt das, dann kann... So, äh... Ach, was hast du denn noch alles an Rüstung? Äh... Ah, warte, ich hab noch einen besseren Brustpanzer. Okay. Ja, weil ich hab hier noch ganz viel Gold. Ich glaub, mit unserer Rüstung kann man nicht sehr viel anfangen. Aber... Zumensgleich. Was hast du noch? Ein Eisen? Ich hab, äh... Alles... An Kette. Hab ich alles. Ein ganzes Set. Gold hab ich auch noch. Ja, dann gib mir mal die Schuhe. Davon. Äh, Goldhose. Ja, also ich hab alles. Hast du Eisenbrustpanzer? Ne, oder? Ne. Okay, geht los. Ja, warte. Pasch auf. Fünf... Vier... Drei... Zwei... Eins... Und go. Ach, wir sind schon im Deathmatch? Ja. Sag ich ja. Achtung, da... Da ist nur noch einer, oder? Ne, zwei. Fuck. Okay, ich bin nicht der beste Deathmatch-Typ, deswegen werde ich jetzt verkacken. Genau. Und... Oh, warte, ich guck dir mal zu. Ich warte jetzt erstmal, bis die sich hier, wenn ich bekriegt habe. Okay, ich guck dir so lange zu. Also ich würde ja den Trank aus der Mitte nehmen. Pass auf, der ist gut. Der hat alles aus Eisen. Du, 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 du... Schade. Okay, war voraussichtlich. Naja. Jo. War aber eine ganz lustige Runde. Jabb. Ähm... Und dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet morgen wieder ein, wenn es wieder heißt... Äh... Irgendwas anderes. Ciao. Wenn Let's Plays kommen. Tschüss. 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 Tschüss.